Meeting Point TV News, hier der Polizeireport. In der Karl-Reichstein-Straße klauen Diebe am Wochenende ein Mercedes-LKW samt Auflieger. Geladen hatte dieser einen Container mit leeren Getränkedosen. Schaden 120.000 Euro. Oh Mann, wie kann jemand einen Hänger mit leeren Dosen klauen? Keine Zwischenrufe bitte, Ben. Wir müssen doch arbeiten. In der Bergstraße haben unbekannte Sonntagmittag ein Cabrio-Verdeck aufgeschnitten und ein Radio geklaut. Blöd bei diesem Wetter. So ohne Dach? Das reicht.